Mit Freuden ernten Erfahrungen in Lebenskrisen Von Beate und Winrichs Chefbuch Die heutige Erzählung trägt die Überschrift Als Pfarrer Julius von Jan für die Juden eintrat Der Bußruf in der schwäbischen Dorfkirche von Oberlenningen Es war in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 Überall in Deutschland klirrten Fensterscheiben und brannten Synagogen Die Feuerwehr griff nicht ein Jüdische Geschäfte wurden verwüstet und johlend geplündert Was da ablief, nannte man später die Reichskristallnacht Braune Kampftruppen der Nazis, Hitlerjugend, SA und SS Wüteten gegen alles Jüdische Die evangelischen Kirchen begingen eine Woche später Ihren traditionellen allgemeinen Bußtag In einem engen Tal am Rande der Schwäbischen Alb Predigte in der alten Dorfkirche von Oberlenningen Der Gemeindepfarrer Julius von Jan Der Predigtext für diesen Tag war Jeremia 22, Vers 29 O Land, 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 höre des Herrn Wort Viele Prediger meinten, an diesem Tag besser von den schlimmen Übergriffen gegen die Juden schweigen zu müssen, um Schlimmeres zu verhüten Julius von Jan aber predigte eindeutig und in großer Gewissheit Wo ist in Deutschland der Prophet, der wie Jeremia in das Königshaus geschickt wird um des Herrn Wort zu sagen Wo ist der Mann, der im Namen Gottes und der Gerechtigkeit ruft Tut niemand Gewalt und vergießt nicht unschuldig Blut Gott hat solche Männer gesandt Sie sind entweder im Konzentrationslager oder mundtot gemacht Die anderen sind Lügenprediger, die nur Heil und Sieg rufen können Nicht aber des Herrn Wort verkündigen Wir haben die Quittung bekommen Auf den großen Abfall von Gott und Christus Auf das organisierte Antichristentum Die Leidenschaften sind entfesselt Die Gebote Gottes missachtet Gotteshäuser, die anderen heilig waren Sind ungestraft niedergebrannt worden Das Eigentum der Fremden ist geraubt und zerstört Männer, die unserem deutschen Volk treu gedient Und ihre Pflicht gewissenhaft erfüllt haben Wurden in Konzentrationslager geworfen Bloß, weil sie einer anderen Rasse angehören Wo ist der Mann, der im Namen Gottes ruft Wie Jeremia seinerzeit gerufen hat Haltet Recht und Gerechtigkeit Er rettet den Beraubten von des Freblers Hand Schindet nicht Fremdlinge Tut niemand Gewalt an Und vergießt nicht unschuldig Blut Wir als Christen sehen, wie dieses Unrecht unser Volk vor Gott belastet Und seine Strafe über Deutschland herbeiziehen muss Denn es steht geschrieben Irrt euch nicht Gott lässt seiner nicht spotten Was der Mensch sät, das wird er ernten Ja, es ist eine entsetzliche Saat des Hasses Die jetzt ausgesät worden ist Welch entsetzliche Ernte wird daraus erwachsen Wenn Gott unserem Volk nicht Gnade schenkt Zu aufrichtiger Buße Wenn wir so von Gottes Gerichten reden So wissen wir wohl, dass manche denken Kann man heute von Gottes Gerichten und Strafen über Deutschland reden Wo es doch sichtbar aufwärts geht Da sieht man doch Gottes Segen über unserem Volk Ja, es waltet eine erstaunliche Geduld und Gnade Gottes über uns Aber gerade deshalb gilt Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten Schon am nächsten Tag hingen am Gartenzaun vor dem Pfarrhaus in Oberlenningen rote Plakate Darauf stand Judenknecht Acht Tage später sollte Julius von Jan einen Bibelabend in dem Alpdorf Schopfloch halten Ein Freund nahm ihn dazu auf dem Motorrad mit Der für diesen Abend der Bibelwoche schon lange vorher ausgewählte Abschnitt steht im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 12 bis 13 Lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt Als widerführe euch etwas Seltsames Sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet Dort holten SA-Männer, ohne sich auszuweisen, Julius von Jan ab Sie zwangen ihn in ihr Auto hinein und brausten nach Oberlenningen Im Pfarrhaus war die Tür eingeschlagen, das Haus durchwühlt Fremde Männer, die auf einem LKW hertransportiert worden waren, fielen über den wehrlosen Pfarrer her und misshandelten ihn schwer Schließlich warfen sie den Bewusstlosen halbtot aus dem Fenster, wo er auf dem Dach eines Schuppens liegen blieb Die schnell herbeigeeilten Nachbarn bargen den schwer Verletzten und brachten ihn ins Krankenhaus Anschließend hielt man ihn mehrere Monate im Gefängnis in Kirchheim-Tech fest Immer wieder sangen Gemeindeglieder auf der Straße vor dem Gefängnis mutmachende Lieder des Glaubens Das war wohl der Grund dafür, dass Pfarrer von Jan ins Gefängnis nach Stuttgart verlegt wurde Er sagte später von dieser Gefängniszeit In meinem ganzen Leben habe ich den Frieden Gottes und seine Gegenwart noch nie so greifbar gespürt, wie in der Stunde, da sie mich zusammenschlugen Christus ist bei den Seinen Erst nach fünf Monaten wurde von Jan aus der Untersuchungshaft entlassen Man erteilte ihm Redeverbot für Württemberg und wies ihn aus In einer kleinen Gemeinde Niederbayerns bei Passau fand er schließlich mit seiner kranken Frau und seinem vierjährigen Sohn eine neue Aufgabe In der Verhandlung des Sondergerichts in Stuttgart wurde Julius von Jan zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt Begründet wurde dieses Urteil mit einem Vergehen gegen den Kanzelparagrafen und gegen das Heimtücke-Gesetz Einen Teil der Haft verbüßte Pfarrer von Jan im Gefängnis in Landsberg am Lech Der Rest wurde ihm auf Bewährung erlassen Danach wurde er zum Militär eingezogen Aber man degradierte den Offizier aus dem Ersten Weltkrieg und versetzte ihn in eine Strafkompanie im Osten Die in den gefährlichsten Gebieten eingesetzt wurde Es war ein Wunder Gottes, dass Julius von Jan diese schweren Jahre überlebte Nach dem Krieg wirkte er noch mehrere Jahre in Oberlenningen, dann als Pfarrherr in einer stark zerstörten Gemeinde in Stuttgart zu von Hausen Den Ruhestand verbrachte er bis zu seinem Tod im Alter von 67 Jahren in Korntal Julius von Jan war ein stiller, treuer Seelsorger, besonders feinfühlig und mit großer menschlicher Güte Als alle anderen schwiegen, musste dieser demütige Mann reden, um seines vom Wort Gottes geschärften lauteren Gewissenswillen Wie schwer ihm das fiel, das zeigt der Schluss jener Predigt am Bußtag in Oberlenningen Wahre Buße wird das Tor zum glücklichsten Leben schon hier auf Erden Dieses Bekennen von Schuld, von der man nicht sprechen zu dürfen glaubte War wenigstens für mich heute wie das Abwerfen einer großen Last Gottlob, es ist herausgesprochen vor Gott und in Gottes Namen Nun mag die Welt mit uns tun, was sie will Wir stehen in unseres Herrn Hand Gott ist getreu Gottlieb Gottlieb Untertitelung des ZDF, 2020